herzlichen willkommen zum podcast mein hobby ist altfranzösisch und der titel dieses podcast das ist altfranzösisch ich lese aus einem französisch-englisch-wörterbuch den teil cultural supplements kai kulturell und es geht um milestones of english language la langue anglaise und ich bin bei englisch normen latin angekommen davor ging es um latin die administrative language of europe le latin lang de l'administration a travers tout d'europes beziehungsweise the beginning of english les origines de la langue anglaise englisch normen latin anglais normen latin zuerst auf englisch dann auf französisch englisch normen latin king john john leckland 1165 till 1216 was forced by his parents to sign the magna carta in break in brackets is a great carter at runny meet near windsor in 1215 written in latin it laid down a number of rights and principles and is considered to be one of the most important document in the history of democracy latin was the official written language but king john spoke norman french as did all the english kings their parliaments and the entire english ruling class from the norman conquest in 1066 until english started to regain the linguistic arena in the of the world 1360 anglais norman latin anglais norman latin le roi jean sans terre 1165 à 1216 fut contrée par ses barons de signer la magna carta la grande carte a ranimé de près de vincent en 1215 rédigée en latin elle établit un certain nombre de droits et des principes fondamentaux et est considéré comme l'un des textes mailleurs dans l'histoire de la démocratie le latin était la langue écrite officielle mais le roi jean parlait de franco norman à l'instar de tous les souverains anglais leur parlement et toute la classe dirigeante anglaise à partir de 1066 date de la conquête de l'angleterre par les normaux et jusqu'aux années 1360 lorsque l'anglais recommença à s'imposer dans l'arène linguistique in der linguistischen arena und dann gibt es hier eine abbildung king john signing magna carta 1215 la signature de la magna carta par le roi jean sans terre wahrscheinlich weil es ein französischer könig war und er in frankreich kein land hatte jean sans terre jean ohne erde ohne grund und boden das ist die abbildung kann ich noch mal zeigen bitte sehr und es geht weiter in den milestones of the english language j bowling de la l'anglaise mit middle english j's